Moin moin Leute und damit Willkommen hier zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Wir spielen wieder Verteidiger und diesmal verteidigen wir Geiseln auf dem Boot. Ich will mal eine andere Klasse spielen. Soll ich auch was anderes nehmen? Ja, wir nehmen mal beide was anderes. Ich glaube, ich nehme mal den Capcan. Soll ich Frost nehmen oder Valkyr? Ich meine, Valkyrie hat natürlich die Kameras, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme den Capcan. Wen soll ich nehmen? Weiß ich nicht, ich such dir am besten irgendeinen aus. Frost oder Valkyrie? Nimm mal die Frost. Okay. Oh, kacke, jetzt haben wir keinen Raum. Ja. Ah, fest. Oh, oh, der Raum ist richtig scheiße. Ich bohre mal ein paar Zugangssperren an. Ja, ich auch. Ah, perfekt, du hast ja die, du hast ja die Trittfallen, ne? Ja, ich glaube, wie mache ich die eigentlich? Mit, äh, oh Gott, weiß ich gerade gar nicht. Darf ich hier mal ganz kurz einmal festschrauben? Danke. Okay, okay. Wo könnte ich hier rein kommen? Äh, von oben, glaube ich, die meisten. Deshalb habe ich da auch mal eine Zugangssperre angebracht. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Oh, genau, das ist gut mit der Willkommensmatte, ey. Dass wir das wirklich auf Deutsch so übersetzt haben. Ich gucke hier, da habe ich zwei Eingänge im Blick und du müsstest nach oben gucken. Okay. Wenn oben zu viel wird, helfe ich dir. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel zwei Eingänge. Ja, muss ich sagen, wo was passiert? Ja. Okay, bei dir? Ja, hier. Warte. Ganz ruhig, das habe ich hier ganz gut. Hier ist nichts. Alles gut. Oh, hast du sogar nicht die Schrottwinte genommen? Ja. Darf ich mir so auf dem Schiff halten, weil es ein sehr enges Schiff ist. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hätte auch die Schrottwinte nehmen können. Oh ja, hau wirklich rein. Die ist wirklich sehr stark. Die wurde sogar schon gedowngradet, weil die mal zu OP war. Oh, irgendwo oben. Ich hole die Geisel. Ich mache hier mal einmal zu. Aha. Wieso redet der Capcan auf Deutsch eigentlich so scheiße? Warte mal, darf ich mal ganz kurz? Danke. Okay, acht verbleibende Geiselnehmer. Wollte ich fast sagen. Nein, wir sind die Geiselnehmer, was das angeht. Ja, wobei, muss gar nichts sein. Ja? Ach so. Ja, genau. Sorry, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, es ist ja besser, wenn wir tauschen und uns so positionieren, weil ich da auch nicht schießen kann und eine Pistole, das bringt nichts. Ja, das stimmt. Was habe ich eigentlich hier sonst noch? Na cool, eine Pistole im Zebra-Look, wollte ich fast sagen. Es ist noch keiner in meine Zugangssperre reingerannt. Wo sind die? Oh, oh. Die hole ich mir. Tu halt, ich werde da oben. Ja, alles klar. Die hole ich mir. Oben ist safe, oben ist safe. Wobei, Max-Man, lass die kommen, da ist die Zugangssperre. Die müssen da, wenn die da durchlaufen. Wenn die da durchlaufen, sind sie eh tot. Pamm. Ha, ha, ha. Boah, das ist zu witzig. Drei sind noch. Ich sneak mal einmal kurz nach oben. Vielleicht chillen die da. Bingo 2. Ha! Ich habe einen mit dem Nitro-Handy geholt. Das war ein Dings. Jetzt ist nur die Frage, die ich Ossi gerade frage. Ja. Und dann, ob wir das noch an die andere Folge sein klemmen oder nicht, ob das eine eigene Folge ist. Das ist eine eigene Folge jetzt. Okay. Dann, ja. Das ist jetzt eine eigene. Hoffen wir, dass in der nächsten Folge was anderes kommt, außer der Geiselnahme. Ja, ja. Das denke ich auch. Okay. Okay. Machen wir so wieder, dass du hoch schiehst und ich komme nicht über die Tür? Ich schieße nach oben, ja. Ich hätte nur gerne noch ein Nitro-Handy. Das Problem ist, weil jetzt werden nämlich vermutlich mehrere Leute mit dem Schild kommen. Da bin ich gespannt, ob wir die so down kriegen. Okay. Wird schon. Könnte es vielleicht sein, dass einer von uns die triggern muss und der andere die von hinten holen. Hier oben. Hier oben kommt man. Da ist nämlich schon der erste mit dem Schild. Die kriegt man nämlich nur mit dem Kopfschuss. Oder mit dem... Oh, oh. Die Geisel. Geisel entdeckt. Max, wenn ich... Nein. Ganz ruhig. Ist da jemand? Ich kann es gerade nicht sagen. Ja, ja. Ja. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Mann, waren wir schlecht. Na gut. Na gut. Aber wir hängen hier... Hä? Hä? Vor allen Dingen... Wie hat der... Achso, na der hat mich geholt, weil du mich nicht mehr holen hättest können. Alles klar. Ähm. Wir hängen hier jetzt einfach nochmal eine Folge dran. Wir gucken mal... Nicht rausgehen, ne? Ne, ne. Müssen wir jetzt auf Mission erneut versuchen? Ne, gar nichts machen. Wenn du eine Mission erneut machen, machen wir die nochmal. Achso. Wenn du jetzt nichts machst, kommen wir dir neu ausgewürfelt. Achso, ja. Dann lassen wir die mal neu würfeln. Ich drücke jetzt einfach nichts und dann wird dir in drei Sekunden komplett neu ausgewürfelt. Ich drücke jetzt einfach nichts. Ich bin übrigens Stufe 5, falls es euch interessiert. Das ist nicht sonderlich viel. Und jetzt kommt was Neues und zwar? Geisel beschützt. Wir beschützen auch der Air Force One. Ey, voll geil. Okay. Jetzt müssen wir aber schnell sein. Ja. Ich nehme wieder Frost. Und ich nehme... Ich nehme keinen Stacheldraht. Ich nehme mobile Schild. Und ich nehme wieder... Und ich nehme die Schrotflinte wieder, ne? Ich nehme den Capcan. Ich glaube, ich nehme auch die Schrotflinte. Oder... Ne, das ist glaube ich doof. Lass mal bitte... Gepäckraum ist am easiesten abzusafen, weil da kann keiner von oben kommen, glaube ich. Okay, dein Gepäckraum. Also ich kenne den Gepäckraum jetzt nur so halb. Aber da... Okay. Von wo können die kommen? Ja, von hier, wo ich gerade bin. Da baue ich auch mal eine Zugangssperre an. Tür gesichert. Äh... Ja, wie kann ich noch mal... Ose, ich habe nie die. Komm mal her. Ja, warte. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Ja. Äh... Sich über die Wand... Die Wand komplett. Mit mir. Dass wir dann noch eine Tür haben. Naja, ich meine, wenn sie ein... Okay. Keinlich Angriff. Kannst du halt machen. Türbarrikade angebracht. Ich bohre hier mal noch eine Zugangssperre an. Tür im Auge behalten. Boah, oh, Mixman, hier kommen schon die ersten. Ah. Ich mache hier mal zu. Okay. Barrikade steht. Zugangssperre angebracht. Sollen sie nur kommen. Das Gute ist, die laufen da eh immer rein, von daher... Du kommst nicht um die Tür links, kommst nicht um die Tür rechts, okay? Okay. Wenn du rennst nicht, sag Bescheid bitte. Zählt das als Tür rechts? Ja. Okay. Hä, wo kommen die überhaupt durch? Oh, oh. Oh, oh. Über mir. Guck's ruhig. Lass dich runterkommen, lass dich runterkommen. Ja, ja. Ho! Tja, keine Zukunft. Max, der bringt ordentlich was mit, ey. Das ist nicht neu. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä. Wie gesagt, ich, 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 ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese, äh, ob diese Willkommensmatten, ob die hier was bringen, ob diese Tritt, diese Bären fallen, ob die hier auf den Maps was bringen. Da bin ich mir nicht all zu sicher. Da bin ich mir nicht all zu sicher. Von daher wäre der Frost vielleicht nicht so mega. Ja. Aber wie gesagt, der Frost hat halt diese krasse Spruchpinte. Wir hätten vielleicht auch mal die neuen Operator mal zeigen. Ja, hätten wir auch können. Den Echo. Den Julien Bam. Das nächste Mal. Das nächste Mal. Okay, ja, machen wir. Ja. Wieder gemeinsam irgendwo, ne? Okay, ich, 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 ich nehm hier, ich nehm den hier. Oder soll ich vielleicht den hier nehmen? Ist egal, weil wir haben da nen Zugang, da nen Zugang, über den Zugang und... Dann nehm ich den. Wie gesagt, der müsste ja, wenn der hier reinkommt, läuft der erstmal durch ne Zugangssperre und dann prinzipiell durch ne Dings. Mhm. Also das ist schon. Aber ich glaub, die kommt von oben. Ja, ich denk auch. Ja, warte. Dann geh weg. Ist das ein Schild? Nee. Ich brauche nicht mehr in dir. Hast du ihn? Warte, ich hab ihn hinter mir. Ja. Oha. Oha. Vorsicht. Auf deiner Seite noch. Auf meiner? Ja, ich hab nur auf meiner Seite noch. Hier? Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Oh kacke, der hat deine Willkommensmatte kaputt gemacht. Na doch. Ich glaub, ich hab keine Dings mehr, ne? Keine Wände. Dann musst du schnell neu holen. Willkommensmatte eigentlich. Ne, ich hab nur noch 10 Sekunden, ist scheißegal. Wie viele Runden sind noch drei? Ne, zwei, ne? Eine. Oh, wo ist denn meine scheiß C-Taste? Ich verwechsel das immer. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichert. Das muss ich mal umlegen, ey. Ich muss mal echt meine Maus, meine, ähm, Maus-Dings-Pumpst-Tasten damit nutzen. Ich sichere die Wand! Sag mal, wenn jemand kommt. Ja. Gut. Bei mir sieht's ganz gut aus. Ich hab auch noch das Nitro-Handy. Ich hab gleich hier zwei neue Verstärkungen oder irgendwas. Okay. Tschüss! Was? Achso, oh, du hast den geholt, Alter. Ich hätte den so gut holen können, ey. Oh, 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 oh. Ich, ich guck oben, ich guck oben, okay? Okay. Shit, wir sind hier. Voll shit? Ja. Hab ich. Oh fuck, Alter, wir müssen aufpassen, es gibt kein Friendly. Ah, der eine ist bei dir um die Ecke. Hier? Ja. Hier? Da. Ja, aber ich weiß nicht genau, wo. Ja, warte, wenn er kommt. Warte, er kommt jetzt, er kommt jetzt, er kommt jetzt. Ah, alles klar. Wo soll ich noch das Verstärkungswand anbringen? Ich überleg selbst gerade. Ähm. Besten wäre da oben irgendwie, aber das kriegen wir nicht hin. Ja, das kriegen wir echt nicht hin. Willi, machst du noch ausmehrtlich, ne? Ja. Ja. Ich hab sogar noch 100, Alter. Wie hab ich das geschafft? Oh, ich hab ne Idee. Ossi? Ja? Warte mal. Ja. Gib einfach da. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Du kannst auch oben drüber hüpfen, ne? Wenn du das meintest. Aber du wolltest nur ein bisschen sichern. Ja, alles. Gut. Das ist eigentlich prinzipiell... Oh, weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, aber doch, doch. Prinzipiell besser als nichts. Da kommt ein Schild. Ja, weil... Der will sich wahrscheinlich durchbrennen. Ja? Durch die Wand hinter dir. Oh. Hab ihn. Okay. Du gehst noch mal raus, dann fang ich die ab. Achtung! Da, da, da kommt Darth Vader. Du musst aufpassen. Okay. Kommt jemand? Ich hab... Ich hab... Achtung, jetzt kommen die bei mir. Oh. Oben. Oh, sehr gut, Max-Man. Oh Gott, du hast mir grad voll das Leben gerettet, ey. Die Gegner. Die Bedrohung wurde eliminiert. Die werden richtig über den Haufen gesprayt, ey. Yes! Nice. Also, ich würd' sagen, auch das Verteidigen klappt bei uns jetzt relativ gut. Ja. Ich würd' sagen, wir versuchen jetzt mal noch, die nächste Folge spielen wir mal vielleicht noch einmal Angriff und dann wagen wir uns an Multiplayer ran mit random Leuten. Okay. Wir haben leider kein Squad, also wenn ihr Rainbow Six Siege habt, dann schreibt uns mal in die Comments vielleicht. Also, wir spielen lieber mit Leuten aus der Community als mit irgendwelchen Rent-Leuten, die wir gar nicht kennen. Von daher... Sagt uns da mal Bescheid. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal. Und Max-Man sagt wie immer... Auf Wiedersehen!